Waage ist ein astrologisches Zeichen, das mit dem Zeitraum zwischen dem 23. September und dem 22. Oktober verbunden ist. Es ist das siebte Zeichen des Tierkreises und wird durch die Waage symbolisiert. Waage ist ein Luftzeichen und wird vom Planeten Venus beherrscht. Personen, die unter dem Zeichen der Waage geboren sind, werden oft als diplomatisch, ausgeglichen und harmonisch charakterisiert. Sie sind bekannt für ihren starken Sinn für Fairness, ihren Wunsch nach Gerechtigkeit und ihre Fähigkeit, verschiedene Perspektiven zu sehen. Waage Individuen besitzen einen natürlichen Charme und Anmut, die andere zu ihnen hinziehen. Menschen, die unter dem Zeichen der Waage geboren sind, sind oft geschickt darin, Frieden und Harmonie in ihren Beziehungen und Umgebungen zu bewahren. Sie haben ein starkes ethisches Empfinden und streben nach Gerechtigkeit und Gleichheit in allen Lebensbereichen. Waage Individuen sind hervorragende Vermittler und haben ein Talent, Gemeinsamkeiten zu finden und Konflikte zu lösen. Waage wird mit dem Element Luft in Verbindung gebracht, das Intellekt, Kommunikation und den Bereich der Ideen repräsentiert. Waage Individuen haben einen scharfen Verstand und werden oft von künstlerischen und intellektuellen Bestrebungen angezogen. Sie besitzen einen natürlichen Sinn für Ästhetik und schätzen Schönheit und Eleganz in ihrer Umgebung. In Beziehungen legen Waage Individuen Wert auf Partnerschaft und Zusammenarbeit. Sie suchen nach ausgewogenen, harmonischen Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt beruhen. Waage Individuen sind romantisch und genießen die Gesellschaft anderer. Oft bilden sie starke soziale Verbindungen. Waage Individuen haben einen starken Gerechtigkeitssinn und werden oft angetrieben, für das einzutreten, was sie für richtig halten. Sie besitzen einen natürlichen Sinn für Empathie und Mitgefühl, was es ihnen ermöglicht, die Bedürfnisse und Anliegen anderer zu verstehen. Waage Individuen setzen sich oft für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit ein.